Also hier sind schon mal die Rohre. Das ist gut. 100 Rohre. Und Stahlträger. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die hier... Eigentlich müssten hier irgendwo welche sein. Vielleicht hier? Nee. Aber ich bin doch nicht blöd. Ich... Hm. Naja, vielleicht aber auch doch. Ich weiß, dass da oben mal welche produziert worden sind. Ach, guck mal. Da sind auch ganz viele. Und wo gehen die hin? Ach, gleich hier vorne. Ja gut, okay. Ist ja kein Wunder, dass ich das... Okay, dann geht's hier lang. Okay, das dürfte reichen, um... Oh. Das dürfte reichen, um... Ähm... Mal eben zu schauen, ob das hinhaut mit dem... Mit der Kurve oder was. Ja, böse. So, noch mal versuchen. Jetzt geht's. Und ich kann die Schiene auch schön... Schön in die Mitte packen. Ja, meine Güte. Was ist denn hier los? Ja, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich... Natürlich zu steil. Das ist klar. So, und wenn man jetzt sagt... Okay, pass auf. Wir bauen diesen Bahnhof jetzt einfach. Wir bauen jetzt einfach mal hier hin. Das hat immer noch eine zu scharfe Kurve. Ich meine, bist du sicher, Bahnhof? Oder besser gesagt, Spiel? Okay, das ist jetzt ein bisschen zu nah da am Rand, aber... Okay, also schön ist die nicht, die Kurve. Ähm... Aber so wie ich das sehe... So wie ich das sehe, habe ich hier noch genug Platz. Das heißt, es kommt jetzt noch ein weiteres Fundament da ran und hier ran. So, und dann müsste das eigentlich klappen. Hoffe ich. So, und dann geht's. Okay. 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 Hm, jetzt ist die Frage. Kriege ich das auch wieder gerade? Oder bleibt das jetzt so schief? Hm. Das gefällt mir nicht. Ich meine, da habe ich ja... Da habe ich ja eine größere Wahrscheinlichkeit... Was zur Hölle? Da habe ich ja eine größere Wahrscheinlichkeit, das im Kreis fahren zu lassen. Da habe ich ja eine größere Wahrscheinlichkeit, das im Kreis fahren zu lassen. Ist das jetzt gerade hier? So, und jetzt muss ich den ganzen... Jetzt muss ich das einfach... Die Rampe da einfach rüber setzen. Und dann kann der Zug... Da oben irgendwo lang fahren. Komme ich von hier eigentlich... Zu der Schnecke. Ich weiß es nicht. Ich baue mal schnell hier noch ein paar Fundamente hin. Denn ich würde jetzt eigentlich ganz gerne schon rausfinden... Haha, die lasse ich jetzt mal kurz da stehen. Denn... Ich möchte... Ich möchte herausfinden... Ob man da reinfliegt. Ob man da reinfliegen kann. Ob es dahinter... Ich lasse das mal lieber. Jetzt mal eine ganz dämliche Frage. Wie komme ich eigentlich... Ich lasse das mal so stehen. Aber da haben wir es. Da ist erst mal der Bahnhof. Ja... Ich kann das im schlimmsten Fall noch nach dahin ausweiten. Oder so. Ja, schön. Dann... Würde ich es an der Stelle jetzt erst mal... Erst mal abbrechen. Und mir Gedanken dazu machen, wie ich weiterbaue. Denke ich. Und wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht. Dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt morgen. Schatz.